Herzlich willkommen zu AfD persönlich. Heute bei uns zu Gast im Studio dürfen wir Stefan Keuter begrüßen. Er ist Bundestagsabgeordneter und Listenplatz 12 für die Landesliste in NRW zur Bundestagswahl. Herzlich willkommen, Herr Keuter. Vielen Dank. Man munkelt über Sie, dass die Entwicklungshilfe Sie nicht loslässt. Was hat es damit auf sich? Oh ja, also das fängt bei mir schon ganz früh an, weil meine Eltern damals in die Entwicklungshilfe gehen wollten. Sie hatten schon einen Vertrag unterschrieben für Ghana, wo ich auch fast geboren worden wäre, hatten sämtliche Impfungen durch, sämtliche Vorbereitungsseminare, hatten einen Container mit medizinischem Gerät und ihren Möbeln bereits nach Ghana verschifft, als dann eine Veränderung im Staatssystem kam. Und man hatte dann nur noch Spezialisten. Mein Vater war damals Arzt, noch Allgemeinmediziner, kein Facharzt, keine Fachärzte ins Land oder nur Fachärzte ins Land gelassen, kein Allgemeinmediziner, so dass dieser Plan sich dann zerschlagen hatte und ich somit dann in Deutschland geboren wurde. Ja, aber um auf die Frage zurückzukommen. Ja, die Entwicklungshilfe lässt mich nicht los. Ich halte das für relativ wichtig, Länder, die weniger entwickelt sind, auf dem Weg zu begleiten. Ich bin auch stellvertretendes Mitglied im Deutschen Bundestag jetzt wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Früher hieß das Entwicklungshilfe. Heute wird das ein bisschen anders formuliert, kooperativer Zusammenarbeit. Letztendlich ist es das Verteilen von deutschem Geld. Und da werden viele Fehler gemacht. Und ich versuche dagegen anzukämpfen, dass unser Geld, unser Steuergeld dann sinnvoll eingesetzt wird. Sie betrachten das ja nicht nur aus der Ferne. Sie schauen sich das ja auch vor Ort an. Also quasi wie das in der Praxis alles funktioniert. Jetzt steht eine Ausschussreise an. Wie kann man sich das vorstellen? Ausschuss nicht. Es haben schon Ausschussreisen stattgefunden, an denen ich schon teilgenommen hatte für den Ausschuss mit den anderen Fraktionen dann zusammen, wo wir insbesondere uns auch die Projekte der GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die sehr viele Projekte für die Bundesregierung macht und für die KfW-Kreditanstalt für Wiederaufbau, wo es insbesondere um Infrastrukturprojekte geht, die wir dort uns angeschaut haben. Und ich habe auch schon gesehen, dass viele sinnvolle Projekte gemacht werden, aber auch sehr viele unnütze Projekte, wo einfach deutsche Steuergeld verschwendet wird oder unter ideologischen Gesichtspunkten Projektvergaben stattfinden. Genderprojekte in Afrika brauchen wir, wenn Sie mich fragen, nicht. Aber es ist richtig. Ich werde jetzt morgen nach Benin reisen mit dem Arbeitskreis Wirtschaft, Zusammenarbeit und Entwicklung. Es ist so, dass der Ausschussarbeit, wo wir also im Plenum mit allen anderen Fraktionen sind, die Arbeitskreise der einzelnen Fraktionen vorgeschaltet sind und von unserer AfD-Bundestagsfraktion gibt es einen Arbeitskreis. Wir haben einen Referenten, der aus Benin kommt, der viele Projekte vor Ort kennt. Und dort reisen wir hin, um uns das vor Ort anzuschauen. Und nun wurden Ihnen ja in der vergangenen Legislaturperiode auch zwei Einreiseverbote ausgesprochen. Einmal Ukraine und Aserbaidschan. Und da fragt man sich, wie kommt es dazu? Wollten Sie Herrn Brandner seinen Rüppel-Status klauen oder wie hat sich das ergeben? Also Ordnungsrufe habe ich nicht keinen einzigen, soweit ich weiß, bekommen. Man die Redezeit erinnert, aber nicht, sodass ich hier, glaube ich, dem Herrn Brandner in diese Richtung da keine Konkurrenz machen werde. Aber es ist richtig, dass ich außenpolitisch aktiv bin, was ich auch als unsere Aufgabe sehe, insbesondere ein gutes Verhältnis zu Russland zu pflegen. Ich sehe, dass Russland sehr ungerecht behandelt wird. Oder ich habe den Eindruck, seit der Wiedervereinigung, seit dem 2-plus-4-Vertrag, man hatte Russland ja zugesagt, dass die NATO sich nicht weiter Richtung Osten ausdehnt. Und inzwischen zündelt der amerikanische Geheimdienst auf dem Maidan in der Ukraine mit. Und die Truppen, NATO-Truppen stehen von Polen bis ins Baltikum. Da muss man die Sicherheitsinteressen der Russen auch berücksichtigen. Die Russen möchten ein partnerschaftliches Verhältnis zu Deutschland, zu Europa. Und wenn sie dort bei der Bundesregierung kein Gehör finden, dann sehr gerne bei uns als Opposition. Wir sind hier geschätzte Gesprächspartner. Aber dadurch, dass man mit einigen spricht, verschätzt man es nicht wieder auf der anderen Seite mit anderen. Das ist leider so. Ich selbst war schon auf der Krim. Ich bin sehr sicher, dass die Krim nie wieder zur Ukraine zurückkommen wird. Es hat auch ein Referendum stattgefunden, was vom Westen nicht akzeptiert wird. Ich habe die Krim besucht und daraufhin habe ich jetzt mit Konsequenzen halt in der Ukraine zu tun. Bin ich nicht wirklich böse drum. Ich stehe hinter meinen Entscheidungen. Und ähnlich war es dann auch mit Aserbaidschan. Ich habe mir die Krisenregionen, wo auch Krieg geführt worden ist letztes Jahr, wo Menschen gestorben sind. Da wollte ich gerade noch mal drauf eingehen. Im letzten Jahr waren Sie da mit anderen AfD-Abgeordneten. Und das war ja auch ein stark umkämpftes Gebiet. Gerade die Region um Bergkarabach. Dort, wo Sie waren. Wieso haben Sie sich so einer Gefahr ausgesetzt? Man könnte ja sagen, das ist weit weg. Das geht uns nichts an. Warum hat die AfD sich das vor Ort angeschaut? Die AfD war vorher schon in dieser Region, hat dort Kontakte aufgebaut, hat Freunde gewonnen. Und Freunde lässt man in Krisensituationen nicht alleine. Und als Aserbaidschan einen Militärschlag auf Bergkarabach gestartet hatte und Bergkarabach sich mit armenischer Hilfe verteidigt hat, haben wir es als unsere Aufgabe angesehen, dorthin zu reisen und den internationalen Scheinwerfer auf diese Region, auf diesen Konflikt zu drehen. Wir können da nicht großartig was bewirken, aber wir können Öffentlichkeit erzeugen. Das haben wir getan und wir sind tatsächlich in das Kriegsgebiet hineingegangen, ja. Vor der Politik waren Sie ja ganz woanders tätig, nämlich im Bereich Wirtschaft als leitender Angestellter, Geschäftsführer und Vorstand in diversen Wirtschaftsunternehmen. Was hat Sie denn dazu gebracht, sich noch mal ganz neu zu orientieren und sich so stark politisch zu engagieren? Also erstmal liebe ich neue Herausforderungen. Ich habe häufiger die Branche gewechselt, habe mich auch selbstständig gemacht, teilweise alleine, teilweise mit Partnern. Und in die Politik bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich hatte im Jahr 2013 einen Mitarbeiter, der bei mir in einer Mitarbeiterwohnung wohnte, weil der von weiter weg kam. Der hatte dann abends viel Zeit weg von der Familie, hatte dann auf seinem Laptop YouTube Videos geschaut und irgendwann kam der Zugang und sagte, Mensch, kennst du einen Professor Lucke? Ich sage, nein. Der hatte mir davon erzählt, hat gesagt, Mensch, da laufen so Fernsehshows fünf gegen einen, super ungerecht und der brilliert, ein gottbegnadeter Rhetoriker mit Überzeugung, die du hast, die ich habe. Schau dir das mal an. Das habe ich getan und habe gemerkt, Mensch, da, wo ich mich politisch nie zu Hause gefühlt habe in der jetzigen Parteienlandschaft, ist hier etwas entstanden, sind Menschen, die meine politischen Überzeugungen teilen, Euro-Kritik, sowohl die Währung als auch die Europakritik grundsätzlich. Und ich habe mich da zu Hause gefühlt, bin der Partei beigetreten und seitdem treu geblieben. Und wenn ich was mache, mache ich das richtig, dann engagiere ich mich. Wenn man sich in dieser Partei engagiert, dann fällt man relativ schnell die Treppe rauf. Und so bin ich 2017 im Bundestag gelandet. Und jetzt, so Gott will, im nächsten Bundestag, 20. Legislaturperiode, auch wieder dabei. Als Mitglied im Deutschen Bundestag sind Sie ja auch Obmann im Ersten Untersuchungsausschuss. Der befasst sich mit der Aufarbeitung des Terroranschlages auf dem Berliner Breitscheidplatz vom Dezember 2016. Wieso ist dieser Ausschuss so wichtig und was haben Sie da für Erkenntnisse gewinnen können? Ja, eigentlich bin ich ja Finanzpolitiker. Ich bin ja Mitglied des Finanzausschusses und auch stellvertretender finanzpolitischer Sprecher. Wir hatten über die Entwicklungshilfe schon gesprochen. Da bin ich stellvertretendes Mitglied. Und zu diesem Ausschuss bin ich auch wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Es wurde ein Nachfolger gesucht, der hier diese Ausschussarbeit übernimmt. Ich hatte noch Kapazitäten, habe mir das zugetraut, fand das auch sehr interessant, habe das übernommen und bin geschockt. Ich habe tiefe Einblicke in die Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland gewonnen und ich habe ein Staatsversagen erfahren, an das ich vorher nie geglaubt hätte. Und mein Restvertrauen in diesen Staat ist hier verloren gegangen. Welche Erkenntnisse haben wir gewonnen? Sehr viele. Beispielsweise, dass Anis Amri, der mutmaßliche Täter, kein Einzeltäter war. Es gibt jetzt noch internationale Haftbefehle gegen Personen, die sich im Ausland aufhalten. Es haben Blitzabschiebungen stattgefunden. Wenn man möchte, wenn es politisch gewollt ist, geht das plötzlich. Ein potenzieller Mittäter von Anis Amri, ein Bilal Ben Amar, ist Anfang 2017 in einem Expressverfahren abgeschoben worden, ohne dass man ihn ausführlich befragt hatte und ohne dass man sein Handy ausgewertet hatte. Es sind ganz viele Versäumnisse zutage gekommen. Wir haben uns auch mit der Klankriminalität insbesondere hier in Berlin beschäftigt und sind immer wieder mit anderen Sachverhalten in Berührung gekommen. Clanfamilien, die hier tätig sind, die Geld für bewaffneten einen Kampf im Ausland sammeln. Wir haben Berührungspunkte zu dieser 100 Kilo Goldmünze gehabt, die hier gestohlen worden ist, wo V-Leute auch ausgesagt hatten, wer dafür verantwortlich ist. Das ist ein riesiges Moloch und ich bin der Überzeugung, dass Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss und dass man hier mit einem Drahtbesen einmal ausmisten muss. Und ich hoffe, dass wir dazu als AfD beitragen können. Nach vier Jahren im Deutschen Bundestag wollen Sie jetzt auch nochmal in die Verlängerung gehen. Wo möchten Sie denn in Zukunft Ihre politischen Schwerpunkte dabei setzen? Also ich fühle mich im Finanzausschuss grundsätzlich sehr wohl. Das ist das, was ich gelernt habe. Gelernter Bankkaufmann, sehr lange im Vermögensanlagebereich, im Investmentcontrolling tätig gewesen, aber auch in der Geschäftsleitung von Beteiligungsunternehmen. Das kann ich mir gut vorstellen. Was mich persönlich auch interessiert, ist die Außenpolitik. Das Verhältnis von Deutschland zum Ausland. Wenn ich sehe, was Herr Maas, was die Bundesregierung macht, ist das eine Vollkatastrophe. Hier müssen wir gegensteuern. Ich habe gute Kontakte aufgebaut. Wir sprachen eben ganz kurz schon darüber. Das könnte ich mir vorstellen zu machen. Und ich will hoffen, dass es einen neuen Untersuchungsausschuss geben wird. Ein Untersuchungsausschuss Corona. Ich habe Erfahrung in der Arbeit im Untersuchungsausschuss gesammelt und ich würde mich freuen, diese Bundesregierung, die wir jetzt haben, insbesondere aber auch den Bundesgesundheitsminister Spahn, jagen zu können, den Finger in die Wunde legen zu können und zu gucken, was hier alles falsch gemacht worden ist im Corona-Krisenmanagement. Das ist ja jetzt schon ganz schön viel, was Sie sich vorgenommen haben für die nächsten vier Jahre. Also Langeweile wird nicht aufkommen. Ich bin auch noch relativ jung, voller Tatendrang, voller Kampfgeist und ja, ich traue es mir zu. Ja, so muss das sein. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Stefan Keuter und viel Erfolg auch noch im Wahlkampf. Können wir brauchen. Vielen Dank, Glück auf!